So. Just for fun. Der dritte Teil. Gegen Bots. Weil wir es drauf haben. Ja, du hast es drauf, Michi. Ja. Wir beide haben es drauf. Darum spielen wir gegen Bots. Alles andere ist Kinderlitzchen. Ja, Bots sheeten wenigstens nicht, ne? Oder? Nein. Nein. Nur wenn man um die Ecke gerannt kommt, dann zücken die ganz schnell ihr Messer. Spiel mal auch noch Flagge erobern. Da. Das meine ich. Das, das meine ich. So schnell konnte ich gar nicht reagieren, da hat er sein Messer gezückt. Das wäre ja umgekehrt, wer hier cheatet. So. Ja, okay, hast doch recht. Die cheaten schon ein bisschen. Oh, ich habe schon lange kein Black Ops mehr gezockt. Ja, geht mir auch so. Richtig spät. Vorher kann ich irgendwie nicht richtig zielen. Gott. Das ist schlecht von mir. Aber dafür habe ich jetzt einfach nochmal die Flagge gecrabbt. Äh, ich bin hinter dir. Oh Gott, der leckt mich gerade voll ab. Und ich bin irgendwie gerade zu blöd, um abzuhauen. So. So, erstmal schon die Flagge abgegeben. Mal einen Luftschlag. Wir waren noch mal messern. Achso. Ciao. Ja. Scheiße ey. Ja, spraye ich erstmal ein bisschen rum, weil ich es drauf habe. Kann man den Helikopter holen? Oh, holen. Soll ich lieber warten? Da warte ich mal. Ah, ich habe einen Warthog. Perfekt. Ich habe nur keine Munition mehr. Also kaum Munition. Okay. Ah, das ist so schlimm. Ah, das ist so schlimm. Raus holen, äh holen sie mal raus Ach, ich Idiot, ey, Sehkraftzeit, egal Wartuch hätte ich gar nicht zünden brauchen Ah, das war Oh man, ziemlich schlimm von mir Ah, ich habe noch den Hubschrauber Und einen Luftschlag direkt Und wieder Munition Oh, nicht gut Ah, ja Oh man, den Hubschrauber Oh, Volt, 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 Volt Wie toll meinst der? Ja, wie toll und Loadstar Jawohl Volt, Volt, Volt Oh man, was ist denn das für ein dreckiger Heli Das ist mein Arm Problem damit Sitzen meine Männer drin Ja, weil ich es drauf habe, mache ich Dauerfeuer Abenteuer Ja Und dann noch Sprayen ohne Ende Aber ich habe den nächsten Helikopter Warte, warte noch, Michi Willst du was zünden? Ja Dann hol raus Holt er seinen VTOL raus Fack da alles aus Fremdly AGR inbound Fremdly UAV inbound Fremdly UAV inbound Ah, ich bin so schlecht Habe ich ja schon mal gesagt Ich habe die Analyse gefangen. Ich habe die Analyse gefangen. Ich habe die Analyse gefangen. Bin ich gut oder bin ich gut? Da kann man meinen Warthog hinzugehen War die knapp? Ja Ich habe meinen Hubschrauber hinzu Was ist denn alles aus? Nein! Nein! Ich habe meinen Hubschrauber auf dem Weg Donut fack mir Ich spiele noch schlechter, weil dann hol ich mal meinen Warthog wieder raus. Wir hauen ab, weil wir schlechter sind als die Box. Glaube ich. Ich dachte schon ich wäre richtig schlecht. Wie ich auch finde. Nooo. Also der vorletzte Bot war am schleichtigsten. Ich bin ziemlich lange nicht gestorben. Auf jeden Fall Abzeichen Relentless bekommen. Überlebe 20 Kills. Nicht schlecht. Naja gegen Bots. Dähne. Buh Dähne. Naja gegen Bots. Dähne. 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 Der Michi, oi 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 So, her geht's Aber irgendwie treffe ich nicht Einfach nur Zu blöd dafür Oh god Ich kann die mit dem Einsatzschild hier rum, ich glaub's nicht Ja, weil sie's drauf haben Ich kann die mit dem Einsatzschild Ich kann die mit dem Einsatzschild Ist ja cool Ich kann die mit dem Einsatzschild Ich kann die mit dem Einsatzschild Ich weiß nur rum Ich kränke nicht Ich tr Tex nicht Oh, ich treffe nicht Ich brauch drei Schüsse, obwohl er direkt vor mir steht. Hmm. Hostile counter UAV above, radar is down. On me! Frist er's. Aha, ich Idiot. Ah, ich treffe überhaupt nicht. Alter. Ist ja nicht. Hm. Von allen Seiten. Ja, durch die Häuser, ne? Was zur Hölle? Okay, der Helikopter. Cheaters. Wer? Ach, komm, da ist schon wieder dieser Bord. Ich stehe vor dem Bord und der Messer direkt. Guck dir dann schon wieder. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Wie der einen gemessert hat. Das gibt's ja nicht. Das sind die wahren Feater. Ja. Ja. DDEA. ARD Text im Auftrag von Funk Vielen Dank. Ah, der Bot will mich doch verarschen schon wieder. Ey, das gibt's nicht. Dreckig, fuck. Wie du den Versuchst zu messern? Ich bin der Wunschst. Ich bin der Wunschst. Das ist der Wunschst. Ja, sch... Mist. Jawoll. Alles einsammeln. Kill confirmed. Shit. Kill confirmed. Kill confirmed. Be advised, hostile UAV incoming. Ah, hey. Ah, pfff. Gets nicht. Ach ja. Michi, mach kurz Pause, ne? Du? Ja. Alles klar. Ich bin mal auf K, ne? Mach das. Bis gleich, also bis später. Bis später. Bis später. Ich bin mal auf. Schnell. Du hast hinterliegen. Oh, sie hat hier zurückgewinnt. Ja. He's gone. A kill confirmed. Hmm. I'm missing spray, shut up me. Ah, gotchen. Jetzt läuft wieder alles gegen mich. Ach, hey. Schön, dass die Gegner mal da spawnen. EMP auch noch. Da trifft es mich von allen Seiten. Allen Seiten. Okay. Ah, nein. Ja. Schön die Kills noch rausgehauen am Ende. Schöner Luftschlag. Ja. Würde ich sagen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.